hello sehr herzlich willkommen zum neuesten video hier auf dem kanal ich möchte euch heute ein spiel vorstellen welches aus deutschland kommt und ich möchte kurz vorweggreifen zu einem anderen titel nämlich kennt ihr sowjet kitchen ja ein spiel mit einem sehr skurrilen thema wir sind sowjetische köche in der zeit während des krieges und müssen unsere soldaten mit dem nötigsten versorgen nämlich mit essen dabei nehmen wir die verrücktesten sachen wie uranfässer gummi von autoreifen um etwas zu kochen das ist ein app getriebenes spiel also man hat eine app mit einem qr-code scanner also mit der kamera sozusagen wird das gemacht man hätte die karten drüber und dann werden farben erkannt und wir müssen immer den farbmix erstellen das ist natürlich ein sehr erwachsenes thema und ich kann auch verstehen wenn das ein thema ist wo viele sagen habe ich nicht so bock der gleiche verlag hat aber ja letztes jahr oder beziehungsweise sogar vor zwei jahren ein anderes spiel rausgebracht ungeheuer hungrig und das ist sozusagen die kinderfreundlichere beziehungsweise familienfreundlichere variante dem spiel geht es darum dass wir auf monster treffen und diese monster haben hunger und wir müssen diese monster versorgen dabei müssen wir anhand der karten die wir spielen immer den farbmix treffen den das feld der monster darstellt ja wenn ihr bereit seid ein spiel mit einer app zu spielen ich weiß da gibt es viele die sagen nee dann ist das kein spiel für euch aber wenn ihr bereit seid eine app zu nutzen dann kann das ein richtig schöner titel für euch und eure kinder ab sechs jahren steht auf der box mein sohn spielt schon mit vier also von daher lasst uns reingehen in die regeln ja bevor ich euch das spiel erkläre erstmal richtig tolle sache wirklich das in day da haben sie sich was bei gedacht wenn ihr nämlich das spiel auspackt habt ihr einen ganz großen dicken stapel der liegt hier unten drin den separiert ihr in die vier kapitel und ganz zu beginn legt ihr dann so wie die symbole sind einfach die karten hier rein und wenn ihr die dann irgendwann im spielverlauf freischaltet dann holt ihr euch diese karten mit dazu und alle passen dann auch hier rein also da hat sich wirklich jemand was gedacht klar könnte man sagen man hätte in summe die ganze box auch kleiner halten können wenn man sich aber für diese größe ja diese standard groß bei diesen kleineren spielen entscheidet ja dann ist das nur folgerichtig so wie man es gemacht hat gut also das ist sehr positiv dann nehmt ihr zu spielbeginn die karten kapitel 1 großvaters dach boden die restlichen karten können wir erstmal zur seite dann brauchen wir natürlich die app die ladet ihr euch runter entweder halt für apple oder halt für android und dann sucht ihr euch einen von beiden spielmodier es gibt zum einen die kampagne die halt so typisch auch wie bei handy games so gestaltet ist dass man halt bestimmte erschiefen mit macht weiter kommt dann halt die weiteren karten pakete freischaltet und natürlich auch so eine sterne bewertung mit dabei hat es gibt also zwölf level in jeweils vier kapiteln und in kapitel 2 3 und 4 schaltet ihr neue karten und damit auch neue monster typen frei dann gibt es noch den party modus das ist ein einzigartiges szenario ja weil es dann zufällig generiert wird mit allen das weiß die app ja ganz gut von euch frei gespielten inhalt finde ich auch sehr schön das heißt ihr müsst nicht zurücksortiert ich habe jetzt nur alles zurücksortiert muss sagen dass es ganz bemüßig gut dass man das nicht immer machen muss um euch halt nicht zu spoilern denn wenn ihr euch für das spiel interessiert wollt ihr sicherlich nach und nach herausbekommen welche monster gibt es und welche karten gibt es also setup ist natürlich als erstes das ganze ding installieren gerät in die tischmitte dann natürlich für den modus entscheiden wir machen jetzt hier die kampagne hier wählt ihr dann aus welche schwierigkeit wir nehmen jetzt mal mittel und mit wieviel spielern wir spielen wollen nehmen wir einfach mal drei so dann seht ihr hier schon es gibt verschiedene orte das museum der schrottplatz der wald und zu spielbeginn habt ihr nur großvaters dachboden zur auswahl da klickt ihr dann drauf und ihr fangt an mit dem ersten kapitel ihr seht wir haben ja sozusagen alles schon in sehr gut geschafft ihr fangt an aber mit neue freunde die anderen sind dann bei euch noch nicht freigeschaltet und dann geht das spiel los und jetzt sagt euch die app an sich alles was ihr jetzt wissen nämlich ihr könnt ihr oben auch noch mal drauf klicken nicht alle freigeschalteten krempelkarten jeder erhält sechs stück so jetzt wollen wir uns aber erstmal die karten ein bisschen angucken die oberkarte können wir weglegen so was haben wir hier wir haben zum einen die farbe denn in diesem spiel da habe ich euch ja schon beim intro gesagt geht es darum dass wir bestimmte farb kombinationen schaffen um genau die farbe welche hier dieses monster hat also in unserem fall blau zu erzielen deshalb sind die farben ganz wichtig hier steht zu welchem kapitel sie gehören das haus steht für großvaters dachboden hier natürlich noch mal was es ist und dann natürlich auch noch der name jede karte hat auf der rückseite einen qr-code der gleich ganz wichtig sein wird nämlich ihr braucht ein endgerät mit einer kamera hier auf dieser seite also auf der bildschirmseite weil diese karten dann gleich gescannt werden es gibt noch so spezielle ereigniskarten die haben auch noch einen kleinen text dazu zum beispiel der süßkram ist ein farbjoker und hat immer die perfekte farbe das wird dann meist auch gekennzeichnet so machen wir mal der erste spieler kriegt hier sechs karten davon der nächste spieler kriegt sechs karten davon da ist auch noch eine besondere karte die wir uns gleich angucken wollen nämlich vitamine wenn hier oben so ein symbol ist dann sehen wir dort vitamine unsere monster sind wie kleine kinder manchmal sie wollen keine vitamine und wir dürfen maximal eine vitamine karte in einem bestimmten zyklus verwenden das heißt eigentlich ist es immer so kommt glaube ich auch auf die spieleranzahl an alle drei karten darf maximal eine vitamine karte dabei sein genau so wir verteilen hier die weiteren karten hier hinten sehen wir das nächste monster ist ein gelbes monster später im spiel werden die monster auch bestimmte herausforderungen noch haben bestimmte anforderungen sie werden sich verändern möglicherweise ja wie gesagt möchte ich nicht spoilern grundsätzlich am anfang gibt es monster und hasen monster sind hier dass wir die farbe erreichen müssen jeder spieler muss gleich eine karte spielen um am ende auf diese farbe zu kommen und bei den hasen ist es so die wollen vitamine haben so sagen wir mal hier der oben der spieler fängt an und sagt ich habe hier die schallplatte dann nehmt ihr die karte von der ihr meint dass sie jetzt hier optimal wäre und mit den qr code nach unten haltet ihr sie über die kamera so und dann seht ihr zack fliegt das gute stück in den mond nehmen wir mal hier drüben auf den ablagestampel so nächstes spieler ist dran und sagt ich habe nichts blaues ja 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 das ist schlecht aber ich habe einen farb joker der ja immer die richtige farbe bedient perfekte farbe sagt die app sagt euch im grunde genommen auch immer alles so und hier dieser spieler hat zumindest das märchen buch und packt das drauf so nachdem jetzt gefüttert wurde kommt der aspekt wo getestet wird und ihr seht hier haben wir schon eine recht lange animation das kann wenn ihr das spiel öfter spielt schon ein bisschen zeit kosten und oben seht ihr jetzt in der skala wie gut eure farbe war 85 prozent das bedeutet drei sterne dafür jeder spieler zieht eine karte nach normalerweise legt der stapel natürlich falsch rum da und das nächste monster ist dran so das macht ihr jetzt so lange bis es keine monster mehr gibt und dann guckt ihr wie eure bewertung ist allerdings ganz wichtig ihr verliert das spiel wenn ihr zweimal hintereinander vitamine verwendet dann ist das spiel vorbei und ihr verliert das spiel wenn ihr nicht wenigstens ein stern pro monster bekommt das heißt wenn ihr unter das sind 65 prozent kommt dann ist die runde für euch auch gelaufen und ihr könnt es dann gleich noch mal neu probieren ja um das level zu schaffen beziehungsweise euren score zu verbessern allgemein beim spiel ist noch wichtig ihr dürft über die farben sprechen die ihr habt also offen kommunizieren allerdings nicht sie den anderen zeigen also jeder soll selber so ein bisschen einschätzen können ob er das hinbekommt so jetzt verbocken wir das mal mit der farbe noch um euch das noch mal kurz zu zeigen ja grün jetzt geht das vitamin alarm ding hoch er hat auch was grünes sack und ihr seht es geht ein bisschen runter also desto mehr karten wir jetzt wieder spielen geht das runter und er macht jetzt mal hier rot mal gucken ob das reicht um zu versauen wieder die lange animation da gehen wir gleich bei den stärken und schwächen noch mal drauf ein und unsere fa das wird noch reichen doch 67 prozent also ihr seht das wenn ihr unter dem strich bleibt dann habt ihr die runde verloren alles klar das waren die regeln von ungeheuer hungrig gehen wir über zu den stärken und schwächen so erster stärke punkt auf jeden fall wir haben hier das von mir schon sehr gelobte sowjet kitchen in einem kindgerechten thema und dabei gleich noch mit damit verbunden dass wir hier farben lehre betreiben beziehungsweise wie man farben miteinander mischt und was dabei rauskommt das sehe ich bei meinem sohn der hat jetzt vierarbeit fünf ist und der schon sehr gut daraus lernen okay welche farbkombination ergeben welche farbe das macht das spiel ganz toll und ist deshalb auch pädagogisch gewissermaßen wertvoll auch wenn man meckern mag über die app über die app kann man meckern da kommen wir gleich zu den schwächen wenn man apps allgemein nicht mag aber die app ist wirklich schön programmiert sehr kindgerecht schön mit den animationen da merkt man dass über hier unterstützung hatte auch von lucky duck games die viel erfahrung haben mit spielen mit app unterstützung schön finde ich auch dass wir hier verschiedene levels haben das heißt wir fangen ganz normal an mit relativ einfachen monster und den hasen aber nach und nach wenn die monster immer komplexer und die aufgaben werden auch schwieriger wir kriegen mehr karten rein wir haben dadurch eine schöne progression dieses schöne befriedigende gefühl etwas neues erreicht zu haben was wir halt aus vielen handy games und auch computer spielen kennt das wurde hier ganz gelungen rein portiert auch schön dass man am schwierigkeitsgrad immer individuell schieben kann toll ist auch dass wir auf der einen seite diesen kampagnen modus haben und dann auch noch diesen anderen modus wo wir halt mit den karten die wir bereits freigeschaltet haben einfach eine lose partie spielen können wirklich schön gemacht und letzter lobenswerter punkt das habt ihr im video ja auch gesehen ich finde das inlay wirklich sehr gelungen ja man könnte sagen die box ist vielleicht ein bisschen zu groß für das was am ende ist als kartenspiel aber man hat sich was dabei gedacht alles hat seinen platz man kann das schön zurücksortieren also großer pluspunkt von mir ja bei den schwächen muss ich sagen habe ich im wesentlichen zwei punkte eine natürlich wir brauchen eine app ja das heißt wir brauchen technisches gerät gerade viele brettspieler sagen sie wollen brettspiele spielen um halt von den digitalen geräten wegzukommen ist ein gutes argument verstehe ich total dieses spiel funktioniert aber nur mit der app weil wir ja diese rückmeldung haben müssen über die farbmischung deshalb verstehe ich man braucht eine app wer jetzt aber sagt er mag keine app spiele ja dann ist ungeheuer hungrig kein spiel für euch und auf der anderen seite muss ich sagen das ist aber wirklich eine kleine schwäche weil sie nicht so stark ausgeprägt ist wie es sich jetzt vielleicht anhört manchmal ist es so dass das spiel bei dem farbmix ich finde nicht so ganz transparent darstellt warum diese farbton nicht genauso passig oder nicht so annähernd passig ist wie ein anderer also manchmal hat man das gefühl gehabt wir haben die karten gespielt das kann nie was werden haben richtig hohe wert bewertungen bekommen und manchmal haben wir die karten wo wir eigentlich meinten wir sind sehr nah dran und wenn wir die farbe dann auch die gemischte farbe dann gesehen haben dass es eigentlich auch gepasst hat und haben dann teilweise die aufgabe gar nicht erfüllt oder halt mit weniger stern als wir dachten das passiert sehr selten aber manchmal finde ich diese rückgabe also diese rückmeldung besser gesagt an uns etwas ungenau in summe muss ich aber sagen ein schönes app getriebenes spiel wenn ihr halt mit dieser app leben könnt die für kinder sehr motivierend ist schön animiert ist und ja wie her ein kindgerechtes sowjet kitchen haben also von daher eine ganz gelungene umsetzung ja das war meine gedanken zu ungeheuer hungrig gerne schreibt mir in die kommentare wenn ihr fragen habt anmerkungen erfahrungen mit dem spiel dann bin ich sehr neugierig darauf ich wünsche euch eine schöne zeit bleibt gesund bis zum nächsten mal